Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir, äh, naja so ähnlich wie Fallgeist, Fallgeist, ähm, das ist so, also die Map ist so ähnlich wie Brawl Stars, ja, wir spielen mal ne Runde. Ähm, ja, und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann lasst ein Like da und ein Abo, würde mich mega freuen. Wir haben jetzt, äh, 25 Abonnenten, das finde ich gut, also, danke dafür. Joa. Aha, wir spielen ein Parcours. Teilfall. Das Spiel habe ich übrigens noch nie gespielt. Bin ich, oh, äh, hä? Nein, ich werde hier runtergekickt. Oh, ist ganz schön schwer. Nein, fuck. Ich bin safe irgendwo ausgeschieden. Qualifiziert. Ja, das ist so ähnlich wie Fallgeist. Boah, ich vergesse mal zu springen. Oh. Spiel ich auch erst zum ersten Mal? Ah. Eliminiert. Wo bin ich? Da hinten bin ich, glaube ich. Tja, kann man nichts machen. Als nächstes. Mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Auch wieder ein Parcours. Pivot-Push. Ist tatsächlich so wie Fallgeist. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Hä? Achso, ich kann zuschauen. Ich hole mir eine Belohnung ab. Und... Let's go. Und... Jetzt habt ihr so eine... Vielleicht so eine Ahnung, worum es geht. Ähm... Hätte ich echt nicht gedacht, dass es so ähnlich wie Fallgeist ist mit den Maps und so. Aber... Es ist super, es ist gut. Ich glaube, die Map kenne ich vom Fallgeist. Okay, wo bin ich? Da bin ich, okay. Oh, ich bin gut. Ich bin gut. Oh, nein. Ich wurde zerkickt. Nein. Man muss sich, glaube ich, einfach gleiten lassen. Nein. Diesmal wird schon was Klampen mit qualifiziert. Nein. 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 Aber... Oh, ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Es wird nicht mal... Es wird nicht mal so zum Ausrasten bringen. Ich schon mal... Oh, ich dachte, das hätte gelungen. Nein. Hey, das ist doch wohl... Das... Nee, das geht nicht. Das ist einfach... Nein. Nein, das... Nee, das sehe ich nicht ein. Verlassen. Aber ich habe Belohnung bekommen. Werbung, okay. Hm. Hier ist übrigens der Shop. Man kann auch viele Skins kriegen hier. Ich will unbedingt dieses Skelett hier haben. Oder das Huhn. Das Huhn ist auch geil. Ja. Okay. Ich will mal noch eine Runde. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Bis hierhin. Das ist wieder so ein Parcours. Ich glaube, da schlittert man sogar. Wo bin ich? Hin vorn. Oh mein Gott. Schade, dass man hier nicht hochkommt. Man muss einfach rutschen. Oh, ich habe es noch geschafft. Ich habe es geschafft. Warte. Uff, uff. Ah, Scheiße. Das Spiel macht richtig Spaß, finde ich. Jetzt wird es halt schwieriger so. Und wieder gestorben. Oder runtergefallen. Oh, nein. Hä? Was war das denn? Ich wurde gerade von irgendjemandem runtergekickt. Oh. So deprimierend. Ja. Applaus bitte für den dümmsten Spieler der Welt. Ei, ei, ei. Ja. Aber die Werbung, die nervt mich. Hier gibt es auch einen Strumble Pass. Also wenn ich hier bin. Dann kriege ich ein Skin. Hier kriegen ein Skin. Hier kriegen ein Skin. Hier kriegen ein Mode. Hier kriege ich Gems. Hier kriegen... Es ist so ähnlich wie Brawl Stars aufgebaut. Ich will mal sehen. Ich weiß gar nicht, ob das ausgelost wird als Skin. Aber ich denke mal schon. Denke ich. Aber ich weiß nicht. Oh, die Map wieder. Was ist mir wieder mal so gar nicht? Hatten wir die Map nicht schon mal? Ja, ne? Ah, ich werde schaffeln. Frag mich nicht, warum ich jetzt nicht Rottweiler heiße. Es ging einfach nicht. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Drück mir die Daumen. Dass es geht. Nein. Ja, nein. Okay, dann lass ich mich jetzt mal kurz... Ah, hier bin ich ja stecken geblieben. Nein. Hä? Warum springe ich denn nicht? Die anderen können alle springen und ich nicht. Jetzt. Oh, ich hab's geschafft. Leute. Ist erst mal... Zwei... Zwei müssen noch. Ich hoffe, ich bin... Nein, nein. Ich will qualifiziert sein. Nein. Oh. So knapp vom Ziel. So knapp. Oh, nee. Ist auch richtig mies. Richtig kacke. Aber ich hab wieder was bekommen. Die Werbung, die werde ich nie vergessen. Wir brauchen noch einmal so. Und dann kriegen wir diesen Scan. Joa. Finde ich jedenfalls gut. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Ich glaube... Oh, nein. Die Map wieder. Ah, nee. Die hatten wir noch gar nicht, oder? Ich weiß nicht. Na, die sieht doch ein bisschen besser aus, die Map. Ja, die hatten wir noch nicht. Ja, ich glaube... Das ist so ähnlich wie Wetteren. Ich will hier durch. Ja, ich hab's doch geschafft. Hallo? Nein. Ich hab's nicht... Nein, nein. Oh, ich bin so dumm. So, jetzt aber. Einer schon qualifiziert. Nein. Oh, nein. Und zack. Neun sind schon qualifiziert. Ich hoffe, ich werde es auch schaffen. Hoffe ich. Ja. Ich wusste es. Ey. Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Wenn ihr mehr davon wollt, lasst ein Like da und schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich mega freuen. Werbung. Und wir haben was bekommen. Und zwar ein Skin. Ein Opa-Skin. Als ob. Oder eine Oma-Skin. Ne, ist ein Opa-Skin. Finde ich gut. So, damit würde ich das heutige Video auch beenden. Ich sag tschau. Bis zum nächsten Mal. Schau. Schau. Vielen Dank.